So, liebe Leute und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Majora's Mask. Ich glaube, ich habe bei der Verabschiedung beim letzten Mal gesagt, versehentlich Zelda Twilight Princess oder so. Es ist bei mir immer so eine Sache, wenn ich The Legend of Zelda sage, dann verwechsel ich die ganzen Namen immer wieder. Tut mir leid, aber was wollen wir denn in diesem Part machen? Ja, in diesem Part wollen wir erstmal in der Zeit zurückreisen und das werden wir auch tun, nämlich genau jetzt. Und dafür brauchen wir die Hymne der Zeit. Und dann starten wir die Hauptquest, indem wir in die Simpfe starten. Da gibt es einige Dinge zu erledigen und das wird interessant. Und ihr seht schon, auf der unteren rechten Bildhälfte, also nicht Bildhälfte, in dem unteren Kasten, was den Touchscreen darstellt, Wir verlieren alle Items. Das ist eine Sache, die muss man immer im Hinterkopf haben. Einzige, was man nicht verliert, sind halt die Masken. Ansonsten verliert man eigentlich alles. Naja, gut. Wir machen einmal den Zeitlauf langsamer. Wieso läuft das Ganze gerade mit 60% Geschwindigkeit? Das sind halt diese Framedowns, die ich mal angesprochen habe. So, zack, sind wir wieder bei 100. Interessant. Aha. Wer ist das denn? Ein Junge mit Fuchsmaske. Hm, wird noch interessant, aber das dauert noch. Stehen geblieben. Was hast du in den Sümpfen zu erledigen? Außerhalb der Stadtmauern lauen unzählige Verwandten. Ich kann es einem Kind nicht erl- Ein Schwert. Oh, ich bitte um Verzeihung. Das passiert übrigens jedes Mal. Immer und immer wieder. Es sei denn, wir haben mit den Wachen einmal gesprochen. Theoretisch gesehen kann ich ja auch mal... ...haben wir ja im letzten Part gelernt. Das Lied der Schwingen. Damit können wir uns zu Eulen-Statuen warpen, die wir schon aufgedeckt haben, sage ich mal. Und wenn ich das mache, dann droppen die Frames. Na, wobei es ging. War jetzt nicht so schlimm, wie ich erwartet hatte. Hier ist eine Fee. Können wir uns merken, das ist ein Feen-Sammelpunkt. So. Die Sumpf wird des Vergessens. Hier gibt es einiges zu erledigen. Eins haben wir ja schon. Aber wir wollen da oben erstmal in das Gebäude rein. Ne? Du-di-du-di-du. Wir wissen ja von den zwei Jongleuren, die haben irgendwas erzählt von wegen einer... Entführung. Hier sehen wir auch die Floßfahrt. Ach, sehr schön. Was ist das denn? Kann ich nicht lesen. Okay. Komisch Boot fahren. Büro derzeit geschlossen. Bitte fragen Sie Magieladen zur alten Schachtel am Rande der Sümpfe nach. Zur alten Schachtel. Aha. Willkommen. Besuchst du zum ersten Mal unseren schönen Sumpf? Na, dann solltest du unbedingt an unserer Bootsfahrt teilnehmen. Ja, so siehst du in einer großen Runde den gesamten Sumpf und kommst auch am Deku-Palast vorbei. Leider ist der Sumpf in letzter Zeit verseucht und dann ist er noch dieses riesige Monster. Kein Wunder, dass hier mal weniger Gäste kommen. Fahrkarten erhältst du am Schalter gegenüber. Wie bitter an einem Schalter ist niemals seltsam. Würde es dir etwas ausmachen, nach der Kollegin zu suchen, die dort sein sollte, ist ja das Kome. Wenn du rausgehst und dann nach rechts durch den Sumpf kommst du zum Magieladen, den sie mit ihrer Schwester führt. Wahrscheinlich ist sie dort. Okay. Hat er eigentlich gehofft? Der gibt mir die Kamera. Die brauchen wir nämlich auch für ein Herzteil. So. Über den Sumpf. Wir wollen nicht durchschwimmen, weil wenn wir schwimmen... Bekommen wir keinen Schaden? Jetzt bin ich verwirrt. Das ist wahrscheinlich erst ab da vorne. Weil eigentlich ist der Sumpf momentan verseucht und wir sollten nicht da drinnen schwimmen, weil wir ansonsten Schaden kriegen. Aber... Wie wir gerade gesehen haben... Geht's. Hier müssen wir vorbei. Vorsicht an den Deku-Babba. Mit einer Deku-Nuss. Und hier haben wir den Tränkeladen zur alten Schachtel. Ich finde, der sieht super aus. Da hinten ist ein Schild. Das wollen wir uns doch mal angucken. Bitte bedienen Sie sich an unserem frischen Quellwasser. Momentan bin ich mir nicht sicher, ob das eine kluge Idee ist. So. Ne. Ne. Sag mal. Ich wollte gerade sagen, irgendwas funktioniert da nicht so, wie es sollte. Du-di-du-di-du-di-du. So. Und diejenigen, die Ocarina of Time aber mit Joas Mars nicht kennen, denen wird gleich etwas auffallen. Richtig. Hier ist Geld. Nein. Darum ging's mir nicht. Aber die Musik. Und guck mal, wer da ist. Willkommen. Meine Tränke wirken gut. Bist du etwa wegen der Bootsfeier hergekommen? Was für ein Pech. Kuh mir ging in die Wälder, um nach Pilzen zu suchen. Wenn ich es mir überlege, ist sie schon ein wenig spät dran. Könntest du wohl für mich nach ihr suchen? Allerdings kann man sich in den Wäldern leicht verirren. Frag die Affen, die dort leben, nach dem Weg. Okay. Wenn ich nur ein paar von diesen duftenden Pilzen hätte, könnte ich ein neues Elixier brauen. Ich hab keine duftenden Pilze. Es ist schon sehr lange her, dass meine hervorragende Nase alles erschnüffeln konnte. Ja, ja. Ich werd langsam alt. Wenn ich nur irgendeine Maske oder so etwas hätte, die meinen Geruchssinn verstärkt. Ein Hinweis? Auf jeden Fall. Moment, ich wollte was probieren. Bevor wir nämlich in die verlorenen Wälder gehen. Ja, die gibt's auch hier. Ähm, ich hatte vorhin gesehen, da ist eine Leiter zum Schornstein. Ach, die Leiter ist nur so da? Ja, okay. Gut, dann halt mich. Hui. Kein Fallschaden. Wälder der Mysterien. Vorsicht, gefährliche Schildkröten. Mäk, mäk. Ja, die machen so ganz komische Geräusche. Aber das werden wir gleich sehen. Hallo? Ein Affe. Du mir folgen. Okay. Eine witzige Sache hier bei den mysteriösen Wäldern ist die Tatsache, dass sich die Anordnung, wie man hier durchlaufen muss, jeden Tag ändert. Ich konnte es mir mal eine Zeit lang merken, als ich das Original durchgespielt hab auf dem N64. Beziehungsweise, ich hab ja nicht auf dem N64 durchgespielt. Ich hab's ja damals tatsächlich auf dem Gamecube durchgespielt, weil ich hab ja diese Promotion-Disc, wo Ocarina of Time und Majora's Mask drauf sind. Der ist weg. Au, au, hilf mir. Ich hab gerade nach Pilzen gesucht, als ich plötzlich hinter Rücks 1 übergezogen bekam. Ach, dieses nervige Horror-Kit. Hat es etwa geglaubt, ich würde es hinter dieser Maske nicht erkennen? Au, au, wer hätte gedacht, dass so etwas passieren könnte. Und jetzt lieg ich hier und kann mich nicht bewegen. Du, hast du denn nichts dabei, was Energie wiederherstellt? Versuch's mal hier mit. Was ist das? Ach, du bist auch keine Hilfe. Du bist längst nicht das, was du vorgibst zu sein. Wow, wird's ja sofort beleidigend. Nett. Na gut, dann nicht. Tschüss. Hm. Aber wir haben ja hier einen Trankladen. Da gibt's so bestimmt einen Heiltrank. Und rein zufälligerweise vielleicht auch unsere erste Flasche. Wäre schon eine Sache, ne? Ich meine, es ist nicht schwer zu erraten, dass es so ist. Willkommen. Meine Tränke wirken gut. Waaah! Wie, was? Das Horror-Kit hat Kume wehgetan? Ach, das ist doch lächerlich. Das Horror-Kit würde ihr doch niemals ernsthaft schaden. Oh. Aber wenn es wahr ist, sollte Streason ihr diesen Trank bringen. Bitte erweise mir diesen Dienst. Du hast eine Flasche mit rotem Elixier erhalten. Rote Elixiere... Äh... Elixiere stellen deine Energie wieder her. Vergiss nicht, dass dir auch die leere Flasche von großem Nutzen sein kann. Im Inventar kannst du sie auf X, Y, 1 oder 2 platzieren. Drück dann hier in den Gespräch. Ja, ja. Ratsch, bringen ihr diesen Trank? Es gibt übrigens... Finde ich das sehr amüsant. Ja, passt mal auf. Hoppla. Wenn ich noch ein paar von dir... Ich verstehe schon. Man muss ja jetzt raus und wieder reingehen. Also, ihr habt ja gesehen, wir haben den Trank selber getrunken. Sie hat es nicht gesehen, weil sie hat ja geschlafen. Willkommen, meine Tränke wirken gut. Hast du Kuh mir den Trank gegeben? Sag bloß, du hast sie noch nicht etwa selbst ausgetrunken? Pah, was bist du nur für ein unnützig Spike. Sieh zu, dass sie es beim nächsten Mal bekommt. Du hast rotes Elixier erhalten. Du kannst es eine leere Flasche aufbewahren. Platziere es im Inventar. Ratsch, bring ihr diesen Trank. So bekommt man ein unendlich großes Elixier umsonst. Ja gut, aber wir wollen... Wir wollen Kuh mir ja helfen, ne? Kotake heißt sie, glaube ich. Die andere im Laden. Hm, du mir folgen. Schon wieder, wieso denn? Habe ich mir in dem Weg gemerkt, natürlich nicht. Wääh. Also in Ocarina of Time war es ja zum Beispiel so, dass man das immer hören konnte, wo man lang muss. Ne, weil da die Musik lauter wurde. Hier muss man tatsächlich dem Affen folgen. Also ich glaube, man kann es auch tatsächlich hören, indem man Affengeräuschen nachrennt. Aber sicher bin ich mir da nicht. Im schlauesten Fall einfach immer dem Affen folgen. Fühlst du dich nicht dazu verpflichtet, einer armen alten Hexe zu helfen? Ihr habt mir in Ocarina of Time das Leben echt zur Hölle gemacht. Aber da hast du. Na, die Farbe, der Duft, das ist eindeutig Kotakes. Tja. Bäh. Oh, ich fühle die Energie in mir. Kuhme ist wieder da. Oh nein, sie explodiert. Du hast mich gerettet. Ich veranstalte Bootsfahrten durch die Sümpfe. Du hast hier gerade eben meine Freifahrt verdient. Auf Wiedersehen. Okay. Vorteil für uns. Wir haben jetzt eine leere Flasche. Yeah. Aber ich will die mal ganz kurz. Zack. Ich sortiere die Flaschen gerne hier unten an. Ich glaube, es gibt im Majora's Mask insgesamt sechs Stück. Das ist damit absoluter Rekord für Zelda-Spiele. Gras schneiden, Gras schneiden, Gras schneiden. Das konnte ich mir in Breath of the Wild nicht tun. Das muss ich jetzt alles nachholen. Ja, ja. Na gut. Bootsfahrt. Dann wollen wir doch mal zur Bootsfahrt. Ich bin gerade einmal gelegen. Wollen wir uns ein... ...ein Elixier holen? Oder... Nee. Tatsächlich muss ich gestehen. Ich glaube, ich habe eine bessere Idee. Ich komme mit der Kamera noch nicht so zurecht. Au. Oh. Gibt auch eine Deko noch. Ein Dekostab wäre zwar nicht schlecht gewesen, aber es sollt. Äh... Achso. Ich zeige mal ganz kurz, wie man hier eigentlich rüberkommen soll. Ne? Kennen wir ja aus... ...aus dem Geheimgang zum Observatorium. Was nicht wirklich ein Geheimgang ist, sondern ein Gang. Dekoling kann über Wasser springen. Toll, toll, toll. So. Und ich habe eine bessere Idee, was wir machen können. Nämlich hier. Du hast eine Fee gefangen. Diese kleine Hilferin stellt deine gesamte Energie wieder her, wenn du dein letztes Herz einbüßt. Platziere die Flasche, bla, bla, bla. Kennen wir. Witz an der Sache ist, wir müssen sie nicht auswählen. Sie heilt automatisch. Und dementsprechend setze ich das Ganze jetzt auch hierhin zurück. Damit ich nicht versehentlich da auf die Fee drücke und die dann freilasse. Das wäre nämlich ein bisschen blöd. So. Zeit für eine Bootsfahrt. Aber erst holen wir uns etwas anderes. Verflucht. Wo ist er bloß? Mein missratener Sohn dreht sich wieder irgendwo. Däumchen. Ein Mann seines Alters hat gefälligst nicht, einen Machfeen zu suchen. Oh. Entschuldige meinen Ausbruch eben. Das ist ein Problem, nicht deins. Hast du ein gutes Bild geschossen? Ich habe keine Kamera. Oh. Habe ich dir noch nicht vom Fotowettbewerb erzählt? Das Sumpf-Info-Center veranstaltet gerade einen Fotowettbewerb. Leute aller Altersgruppen dürfen daran teilnehmen. Für hübsche Bilder, die im Sumpf gemacht wurden, erhältst du wahlweise einen Geldpreis oder eine Freifahrt. Alle Teilnehmer der Bootsfahrt erhalten eine Fotobox. Du darfst dir... Das darfst du dir nicht hingehen lassen. Hm. Und nochmals herzlichen Dank für deine Hilfe. Als Belohnung darfst du umsonst in meinem Boot mitfahren. Wir haben gerade eine Aktion am Laufen, daher bekommst du das hier gratis. Du hast die Fotobox erhalten. Berühre Fotobox, um durch den Sucher zu blicken. Drücke anschließend auch, um den Auslöser zu bestätigen. Der Film in der Fotobox reicht zwar nur für einen Schnappschuss, aber dieser kann jederzeit wieder ausgetauscht werden. Gelingt dir ein hübscher Schnappschuss, bring ihn zu dem Kerl da drüben. Also gut, die Fahrt geht los. Willkommen zur Bootfahrttour. Berühre Foto um deine Fotobox. Genieße die malerische Sumpflandschaft. Also die Textboxen sind echt verdammt schnell. Kann man das irgendwie einstellen? Ich habe jetzt auf Start gedrückt, aber das bringt mir glaube ich nicht viel. Moment. Versuchen wir es mal damit. Status, Option. Aha. Freie Kamera, Hammer, Seite 2. Ego-Ansicht normal, Bewegungssteuerung ein. Die können wir ausmachen, habe ich nämlich nicht. Schwimmsteuerung normal, Lautstärke. Okay. Ich dachte es gibt auch eine Option für Textgeschwindigkeit. Gibt es aber nicht. Toll, toll, toll. Sieht das nicht schön aus. Schön im 4K. Hm, hm. Also hochgerendert natürlich. Na, ist ja kein natives 4K, dürft ihr nicht vergessen. Sieht trotzdem richtig gut aus. Ein Bienennest. Das ist gefährlich. Oh ne, oh ne, oh ne, oh ne. Jetzt sind wir nass. Na toll. Ein Frosch. Müssen wir uns auch noch merken. Bitte sehen Sie jetzt nach vorne. Ein Grutz. Aber keine Sorge, wir werden ihn einfach überfahren. Bitte halten Sie sich gut fest. Was? Ich merke schon, Naturschutz wird hier nicht groß geschrieben, wa? Vergiftetes Wasser, Tiere, die einfach überfahren werden. Hm. Oh je, da wartet ein Affe. Hallo. Der böse Mond. Willkommen am Deku-Palast. Das Wasser ist vergiftet. Pass auf, wo du hintrittst. Möchtest du von Bord gehen? Ja, bitte. Du bist ein sehr mächtig. Ich dich beobachtet im Wald. Oh je. Sumpf sei ein voller giftigem Wasser seit einiger Zeit. Der Mawalt-Tempel mit nem Sumpf verdächtig. Aber wir nicht finden Eingang. Tempel nur für Deku. Bruder geht zu Deku-König, um in den Tempel gelassen zu werden. Aber Deku nicht verstehen und Bruder ein Palast gefangen halten. Jetzt Bruder und Sumpf beide in Gefahr. Hilfe. Okay. Ich folge dir einfach mal, ohne dass du mir sagst, dass ich dir folgen soll. Oh je. Deku-Palast. Das ist ein Palast der Dekos. Hier war auch eine Speicherstelle. Jo, Tatsache. Rein Vorsichtshaber. So. Wir müssen zum Deku-Palast, denn wir wollen etwas machen. Hallo? Dies ist der königliche Palast des Dekoreiches. Fremde haben hier keinen Zutritt. Ich bin kein Fremder. Dies ist der Regentenpalast des Dekoreiches. Zutritt nur für Personen mit offiziellen Aufträgen. Für die öffentliche Schmähung des dummen Affen, der unseren König verärgert hat, sei dir aber der Zutritt gewährt. Folge dieser Halle geradeaus bis zum Thronsaal betritt, aber auf keinen Fall die andere Bereiche. Hm. Machen wir das jetzt in diesem Part? Wenn man hier so lang guckt. Ich bin mir gerade nicht mal sicher, wo... Ups. Aha, Eindringling. Au. Na gut, ich hab's irgendwie verdient. Wir haben dir doch gesagt, du sollst direkt zum Thronsaal gehen. Normalerweise dürftest du gar nicht eintreten, also befolge unsere Anweisungen. Folge dieser Halle geradeaus bis zum Thronsaal. Betritt auf keinen Fall andere Bereiche. Das ist keine Halle, das ist offen. Seht ihr das? Da ist keine Decke. Naja, gut. Geh ich rein. Oh je. Der arme Affe. Thronsaal des Dekokönigs. Pa, 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 pa. So, und das ist jetzt relativ wichtig. Wenn wir jetzt nämlich hier... Na, ein bisschen blöder Winkel. Ach komm, spring doch nicht runter, Link. Na, äh... Ja, ja, wir kriegen's hin. Er rastet aus. Jetzt, 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 jetzt wäre ein guter Zeitpunkt. Ja. Willst du dieses Bild behalten? Ja. So, und den Rest... ...machen wir tatsächlich im nächsten Part. Aber wieso nur? Weil wir können jetzt mit dem Bild nämlich zurück zum Bootsfahrfachangestellten... Keine Ahnung. Und können uns damit tatsächlich ein Herzteil holen. Das machen wir auch. Das machen wir sogar noch diesen Part. Nächsten Part werden wir dann definitiv hier im Dekupellast weitermachen. Denn... Wir haben ja auch schon... ...einen großen Teil gemacht. Einen bestimmten Teil. Nämlich den Teil mit, äh... Kotaku und Kume. Ne? Ihr versteht. So. Fahr mal kurz weg. Du-di-du-di-du-di-du. Dum-p-dum-p-dum-p-dum-p-dum-pum. Hallo, ich hab'n Foto. Oh, du hast ein gutes Bild geschossen. Ja, hab ich. Guck mal. Oh, oh, der König. Wirklich beeindruckend. Nur Deku-Kerle dürfen den Palast betreten. Wie hast du dieses Bild machen können? Ein wahrlich hervorragendes Porträt. Für diesen rahmen Schnappschuss bekommst du den großen Preis. Zwei dahin, noch zwei im Sinn. Ich freu' mich schon auf dein nächstes Bild. Der Fotowettbewerb. Da gibt's tatsächlich auch eine interessante Sache. Da bin ich gerade am überlegen. Ihr wisst ja was, das machen wir mal kurz. Das dauert wirklich nicht lange. Wir haben ja vorhin mitgekriegt, dass er sich über jemanden aufgeregt hat, nicht wahr? Ich meine, wie gesagt, das jetzt zu erzählen ist ein bisschen... Die meisten kennen Majora's Mask wahrscheinlich. Von daher ist es eigentlich nichts Neues. Ja! Meine Beine sind gebrochen! Ja, wir müssen uns den Text nochmal durchlesen von ihm, ne? Na nun, grüne Kleidung, weiße Fee, bla bla bla. Ja, ja. Ich überspringe den Text einfach mal. Dämmerwald, 20 Rubino. Haben wir nicht, okay. Verstehe. Ich bin jederzeit bereit. Hulu Limpa! Magische Foto, bla bla bla. Stehen sie sich. So, das ist alles, was ich wollte. Ein Bild von Tingle. Jetzt schnell zurück zum Sumpf-Info-Center. Oh Gott. Jetzt hätte ich mich fast verschluckt. Und hast ein gutes Bild geschossen. Das ist mein Sohn. Beschäftigt er sich immer noch mit diesem Schwachsinn? Wie erniedrigend. Dieser Kerl, das ist mein Sohn. Wie kann man sich in seinem Alter noch so kindisch aufführen? Vielleicht habe ich ihn zu sehr verwöhnt, aber es ist wirklich ein gutherziges Kind. Ja, herzlichen Dank für all deine Mühe. Dies ist auch nur ein kleines Zeichen meiner Dankbarkeit. Du hast einen Angelpass erhalten. Pro Pass kannst du einmalig eine Angelaner am Angelplatz leihen. Aber könntest du meinem Sohn wohl eine Nachricht überbringen? Sag ihm bitte, er möchte doch bitte nicht mehr in diesem Aufzug rumlaufen. Da sehen wir übrigens... Ja, man sieht es nicht sonderlich gut, aber man kann es erkennen. Das ist ein Vogel. Im Hintergrund haben wir den Wasserfall. Da ist ein Bär, eine Schildkröte. Und da ist ein... Oh. Er hat einen Octorak geschossen. Ach ja. So, ich würde aber sagen, das war es dann für den heutigen Part. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Wenn ja, hinterlasst einen Kommentar. Und ich sage Tschüss und bis dann irgendwann. Euer Ranchi. Bye.